die letzte karotte was bei mir selbstverständlich ich höre zu wenig begeisterung bis level 1 war es gar nicht so schlecht aber dann kam level 1 ich fordere mehr französische spiele für den scheiterhaufen ja habt ihr eine gottens depression der hass und betritt es ja so ich dachte das ist ein nettes spiel das war sehr beliebt damals ja damals bestimmt mit genügend drogen das heißt ihr möchtet nicht teil zwei und drei noch anschließend spielen 21 krank ich mein was willst du von dem spiel erwarten ich bin mir sicher fast sicher bei dem spiel kann man sich niemals sicher sein komplett ich muss jetzt diesen nasenring schlüssel von dieser karotte nehmen aber bis jetzt bin ich mir noch nicht sicher ob ich den hotspot nicht getroffen habe oder ob das halt die falsche aktion ist was macht man mit der nase rausschnupfen draufhauen hochziehen auf rumtanzen haare schneiden und 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 und